Die Kurse richten sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, Fahrerinnen und Fahrer. Mit oder ohne eigenes Motorrad und Ausrüstung. Nach einem gemütlichen Kaffee und Briefing am Morgen bist du der Gruppe zugeteilt, die deinem fahrerischen Können entspricht. Danach geht's endlich los auf die Cross-Piste. Mit unseren Instruktoren wärmst du dich auf wie die Profis. Danach tastest du dich langsam ran ans Gelände. Du lernst hier vom richtigen Bremsen, über das Handling und leichtes Sprengen alles. Natürlich immer unter Aufsicht der Instruktoren, die dir sofort zeigen, wie du dich verbessern kannst. So viel Training im Gelände gibt auch einen Bärenhunger. Feines vom Grill, Salatbuffet, Dessert, Kaffee und das gemütliche Zusammensein, es fehlt dir an nichts bei uns. Mit gut gefülltem Bauch machst du weiter. Stufe für Stufe wirst du schnell Fortschritte machen. Es macht dir immer mehr Spaß im Gelände. Nicht fehlen darf auch das Videostudium. Unsere Instruktoren lernen dir, dank moderner Technik, in Kürze noch mehr. Zum Abschluss des Tages folgt dann das freie Fahren auf der Cross-Piste. Dann zeigen auch unsere Instruktoren, was sie können und was möglich ist im Gelände. Das ist die DaniWirtz Offroad-Schule. Wir freuen uns auf dein Kommen. Wir haben brutal viel gelernt, es hat Spass gemacht. Man lernt seine Grenzen ein bisschen kennen. Und wie man Grenzen kennenlernt, dann ist es auch so, dass man vorsichtig, man sucht einfach seine Grenzen, seine Limite. Aber es hat Spass, riesen Spass gemacht. Aber es hat Spass gemacht.